Hallöchen Leute, ich bin Anymore Mining und herzlich willkommen zu Teil 2 der Minecraft Hero Map No Words. Und wir haben das letzte Mal hier aufgehört. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall angucken, weil es wichtig um die Story zu verstehen. Und ich würde mal sagen, ich mach direkt hier weiter. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ich schätze jetzt mal, wir müssen da rein. Jupp. Moment. Also hier ist wieder das Grammophon, aber war das das Wohnzimmer? Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Zettel. Hallo. Hallo, mein Name ist Rachel. Ich kann nicht reden wegen meiner Krankheit. Dafür ist dieses dumme Papier. Ich will dich treffen. Oder ich, ähm, ich freue mich dich zu treffen. Ähm, mir geht's gut. Danke. Und dir? Meine Hobbys sind Lesen, Zeichnen und ich liebe Musik. Das ist eine großartige Idee. 3.9. Ich werde hier sein. Ich sehe dich später. Emily. Okay, das habe ich jetzt anscheinend geschrieben. Ähm, ich schätze, ich habe an Emily geschrieben. Genau, Emily war ja meine Tochter. Und ich weiß nicht, wo ich mich gerade befinde. Vielleicht in, keine Ahnung, einem Irrenhaus oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Oder was weiß ich, irgendeine Klapse oder sowas schätze ich jetzt mal. Okay. Musik. Musik von einem Grammophon. Blut an der Wand. Okay. Ist ja alles normal soweit. Nein, eigentlich nicht. Get out of here. Geh hier raus. Ich glaube, ich muss jetzt abhauen. Kann das sein? Alter, hier ist einfach überall Blut. Und diese Nerftöten der Musik. Okay, hier ist das Grammophon, von der man mit Musik kam. Hier ist noch mehr Blut. Okay. Spiel für mich, Richard. Schon wieder sowas. Das letzte Mal hatten wir doch, ähm, Spiel weiter, Richard. Ist diese Musik nicht großartig? Und hier ist wieder so eine Tür mit so einem schwarzen Ding. Ich glaube, da betrete ich wahrscheinlich immer irgendwie eine Gedankenwelt oder sowas. Okay. Muss ich das jetzt abspielen? Okay, ist es Musik? Wird ihr diese schönen Grammophon-Sounds hier? Und... Okay. Okay. Alles befärbt sich wieder. Dieses eine seltsame schwarze... Äh... Hey! Hoffentlich bleibt die Lampe hier. Nein! Stopp! Was passiert hier? Okay. Ah! Okay. Ich sitze in meinem Klavier. Hier ist alles irgendwie kaputt. Ich runter? Ja. Okay. Genau gesagt, dieser Tisch, auf dem die Platte am Anfang lag. Der ist kaputt. Und das ist schmutzig. Und ich glaube, es hat gerade irgendjemand in der Tür geklopft oder so. Auf jeden Fall habe ich was ge... Noch einen Zettel. Punkt. Dreh dich um. Okay. Hallo, Richard. Ich bin's, Emily. Willst du mein Gesicht sehen? Mein hässliches Gesicht? Nein? Sorry, Richard. Ich hab's vergessen. Du konntest nicht reden. Ähm... Das ist... Ich weiß nicht genau, wie ich das übersetze. Wie du. Okay. Jedenfalls ist kein Licht mehr dran. Äh, ja. Das Seil hängt immer noch hier. Aber wenigstens hängen keine Leute mehr dran. Das ist zumindest mal teilweise beruhigend. Hier gibt's auch kein Lichtschalter mehr. Ach! War das alles? Ein Traum? Richard, wir sind zu Hause. Emily hat eine Menge eingekauft. Wir brauchen eine Hilfe mit dem... Zeugs. Ich denke, ich sollte... etwas ändern. Das Ende. Eine Horror Map. Bei Big King 156. Okay. Das sind jetzt die Credits. Über einen Mann. Ohne Worte. Ich hoffe, du musst das... äh... ist. Danke für das Spiel in meiner Map. Wenn du... Wenn du das gemacht hast, würde es... Würde ich es ja... Nice finden, wenn du mir einen Diamanten auf PlanetMinecraft.com geben würdest. Es würde mich ja unterstützen. Also ihr könnt mir einen Huck, wenn ihr wollt. Okay. Yay! Ähm... Stay tuned for more of us. Tja, Leute. Ich würde mal sagen, wenn ihr Bock habt auf mehr... Dann... Würde ich auf jeden Fall... noch mehr solche Maps spielen. Noch mehr Horror Maps, noch mehr andere Maps. Je nachdem, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und... ähm... ja. Dann war's das hier mit diesem Video. Das leider doch sehr kurz wurde, weil ich nicht wusste, dass die Map nur noch so kurz ist. Ähm... Dann würde ich mal sagen... Ciao! Busch... ... ... Ch shifts